Als sich unsere Blicke trafen, erkannte ich die Wahrheit. Ich sah, was er getan hatte. Alles war gelogen. Er war ein Betrüger und ich hatte keine Ahnung, wozu er fähig war. Ich möchte dir etwas raten. Pass auf, was du tust. Ich wurde irgendwie paranoid. Er wusste alles über mich. Er war ein Profi. Auch ich hatte ihm Geld geliehen. 30.000, 140.000 Dollar, 250.000. Das wollte ich nicht. Das war offenbar nur die Spitze des Eisbergs. Ich wollte ihn nicht damit durchkommen lassen. Das machte mich witzend. Ich musste ihn aufhalten. Ich wusste, dass die Leute mich verurteilen würden. Russland war involviert. Jetzt nur die Ruhe bewahren. Mein Herz schlug wie wild. Würden sie kommen? Es war filmreif. Wir sollten ins Auto steigen. Ich wollte ihn unbedingt in Handschellen sehen. Dafür wirst du bezahlen. Der Arme. I'm a river. Doppelig. J diplografie IT- Doppelig. Doppelig.